Leute, oder? Auch vielen Dank für das Bild raus! Lieber Simon, da hast du mal wieder volle Arbeit geleitet, du M... Ist überhaupt kein Ding, man. Freut mich auf jeden Fall, dass du dich dankbar zeigst. Ich würd sagen, nächstes Mal machst du's einfach dasselbe, wird's bestimmt viel besser. Hahaha! Fokussiert hier, Mann, fokussiert das mal richtig! Wisst ihr, Leute, wir sagen ja immer, ihr sollt die Videos genießen, aber Nils hat das jetzt komplett falsch aufgefasst und er ist jetzt dann nur dabei, die Videos zu genießen. Das muss ich mir schon die letzten drei Tage komplett Tag und Nacht anhören. Ich war nicht schon mal in der Situation, wo ihr drei Tage lang konstant mit irgendjemandem abhängen musstet, der wie eine vergewaltigte Ente klingt. Cruis'n'Hard is big, my six ball. Meine Nase läuft und ich schau' nicht nach mir. Und auch sonst ist es ohne Witz... Ah... Mann, du Nerf, Alter. Alter, geil, meine Spaghetti, da riecht nirgends wieder ein... Willst du mir zuschauen, oder was? Alter, Stier, bei dem Katz sieht sich mega scheiße aus, Mann. Ist okay, wenn ich trotzdem... Warte, gut. Junge, Junge, Alter. Scheiß drauf, halt durchnehmen. Was hast du gesagt? Boah, ich glaube, ich muss entscheiden, dass heute kein langes Video mehr kommen kann, wegen dieser Krankheit. Okay, also, diese musikalische Einstellung hat mal wieder... Boah, halt mal der Maul, Alter, ich will pennen gehen, Alter, ich bin eben zerkältet. Kannst du... Kannst du gehen? Ich wollte sowieso grad das Video beenden, jetzt macht uns das... Oh, ist ja gut. Und die Kamera auch. So... Rade, Leute. Danke fürs Anschauen von diesem super witzigen Video mal wieder. Also, wir sind hier gerade richtig fresh an dem geilen Aussichtspunkt. Vielleicht auf einen Fall, mal wieder zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben und so weiter. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Du bist Things loswerden?! Ja, Bon. Warum? Weil der sprudelt. Der ist einfach so... Arrrrghhhhh! Du bist ein bisschen ziemlich breit. Das ist meinetics Tißar equality. Dann sehen wir uns an.